Hey na, herzlich willkommen zurück zu Trades and Delivery. Wir sind im Attributive Tower, das ist ein Wort. Und ja, wir haben im letzten Part das ganze Ding betreten und haben festgestellt, dass sich die Gruppe aufgeteilt hat. So ein bisschen ungewollt. Und ja, wir sind mit Lloyd hier schon diese Route entlang gelaufen. Und jetzt sind wir mit Reans Gruppe dran. Und wir hatten auch schon uns wunderbar eingerichtet. Also hier, wir haben hier unser super Team. Moment, ich muss hier gleich nochmal. Da hat man es wieder, ne? Gut. Vieh sollte nach vorne, das ist richtig. Vieh nach vorne. Wobei Vieh kann eigentlich ja vorne in der Ecke. Dann können sich die Gegner bei ihr tummeln und die anderen greifen von hier aus an. Das hat doch was, oder? Mach mal so. Versuch mal so. Gut. Aber ja. So und die Gruppen haben sich gesehen. Sie können sich aber nicht erreichen. Und ja. Dann laufen wir doch jetzt nochmal hier mit Reans Gruppe weiter und schauen mal, was uns hier noch erwartet. Erstmal wieder ein paar Gegner. Offensichtlich. Aber... Ich glaube, Chaos Storm ist nice, ne? Damage stellt plus 60%. Die macht 80%, aber der hat vier Turns und sie hat drei. Hm. Weiß ich nicht. So, die Gegner kennen wir ja schon. Ist ja alles gut. Na, die hatten wir auf der anderen Seite gerade schon. Also im letzten Part. Ach, komm hier. Meine Güte. Aber das ist ein neuer. Boah. Warum drehen die sich immer um? Warum kriegen die das mit, dass ich da bin? Dann machen wir das wieder mit Vieh, ja. Mit Distanzangriffen. Meine Güte. Ancient Doggers. Die Doggers wieder. Okay, im Battlescope. Let's go. Ich will noch mal anmerken, wie großartig ich diese Musik finde. Also für einen feinen Dungeon ist das perfekt. Mein Turn. Wie dein Cleaver. Showtime. Es ist unten. Dada. Es ist mein Turn. Ach, meine Güte. Ja. Ja. Ach, meine Güte. Wird ganz schön was ausgehalten. Talisman ist Level ab. Edimentine Shield ist dazugekommen. 100% Chance, Statusveränderungen zu entgehen. Und der Buff ist zu einem L-Buff geworden. Kann man mal machen. Best Cherry 3 Fulfilled. 90% des Battle Taps im Notebook haben wir. Wunderbar. Ah, was haben wir hier? Da ist ein Schalter. Da können wir also irgendwie hoch. Müssen wir einmal rummaschauen. Achso, hier. Das ist der Lift dann schon. Okay. Wir müssen noch an den Schalter kommen. Verstehe. 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 Ach. Geh auf, Tür. Oh Gott. Das sind unterschiedliche, wa? Ja, da ist ein M-Zero-Buy und ein R-Zero. Der M-Zero, der hat diesen komischen Kreis über sich. Komm, dann werfe ich weiter Battlescopes. Laura macht weiter Gegner fertig. Cleaver! Mit ihr scannt man auch den letzten. Search Mode activate. Scan complete. It's my turn. Prince and Flash. It's down. Mine. My turn. Safari Rain 2 can now be used. Oh, Kiosk KO war da, glaube ich, schon drauf. Aber die Aliments und Startdowns, das ist neu. Und das ist sehr cool. Das habe ich da schon immer vermisst. Bei dem Skill. Daran kann ich mich erinnern. Das ist sehr cool. Das ist sehr cool. Turn around. Na komm. So. Haben wir noch einen weiteren bei? Den G-Zero. Haben wir noch einen G-Zero, ne? Wir brauchen ja nur einen. Search Mode activate. Sehr gut. Triumph! Avalon Heart! Got you. Komm. All for what? And where are we? Alright, let's do this. Füllen wir die BP nochmal auf. Okay, das ist interessant auf der Karte halt. Ah, das geht da nämlich hoch. Auf der Minimap sieht das weird aus. Aber es ist gar nicht so weird. Genau, jetzt kann man hier runterspringen. Wunderbar. Die kennen wir aber schon alle, oder? Naja. Naja. Halt, da ist neu dabei. Das ist aber auch echt gemein. Nein, die sehen sich alle so sehr ähnlich. Huiuiui. Das ist auch ein neuer. Okay, aber die anderen haben wir schon alle, ne? Yes. Gut. Lord, er darf einmal zaubern. Was machen wir denn mal? Uuuuuh. Und noch mal ein bisschen was geheilt. Meine turn. Search-Mode aktiviert. Scan complete. Got you. Ich glaube, ich glaube, ich möchte Lethal Crusade dreimal sehen. Ob sich darum das geändert hat, oder ob es nur stärker geworden ist. Let's go! Ich glaube, optisch ist das identisch geblieben, oder? Weißt du? Wie schuldig. Let's go! Noch mehr. Haben wir noch irgendwas zu scannen hier? Nein, den kennen wir schon. Okay. Aber Rin kann jetzt nicht angreifen. Er ist paralysiert und gemutet. Kann eigentlich gar nichts mehr machen. Geht, Herr, infernal Hutt! Showtime. Wiping out. Mal schauen, was das Deathblow kann. Ach, immerhin zwei weg. Okay. Mit ihr machen wir dann mal das hier. Weil wir diese blöden Statusveränderungen weg sind. Let's get through this. I'll handle this. Frank! Punkt. I swear upon my sword. Nice. I must continue to try stats updated. I did it. That's how it's done. Nice. I only get cute. Even perfection. Ha! 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 Ach. Ist echt unglaublich in diesem Spiel. Warum ist das hier so? Das war auch in den anderen nicht so schlimm, oder? Dass die Gegner mich ständig bemerkt haben. Ich habe die Vorteile. Das merke ich in diesem Spiel einfach ganz dolle. Kane! Dale! Ha! Und Typen Feelplett! Oh, thanks! Let's go! As your Cleaver! Ah! Ah! Let's go! Okay, und wir sind hier beim nächsten Spot, wo wir wieder Gruppe wechseln werden, schätze ich mal. Hören wir nochmal nach, ob wir alle, die wir gesehen haben, auch gescannt haben. Das sieht gut aus. Gut. Oh, hey. 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 Hey, hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Oh, hey. Ich bin immer noch überzeugt, dass Dunn Ward fehlt bei dem Skill. Supreme, irgendwas. Electromagnetic Net 2 kann jetzt auch benutzt. Auch nicht übel. Na komm. Boah, was ist mit diesen Gegnern? So. Irgendwas Neues dabei. Sieht nicht so aus. Na gut. Na gut. Oh, dein Ernst? Kaum drückt man die Taste, drehen sie sich um. Oh. Let's make this quick. Should be around here Found ya Up you go Bloody bear I'll take it from here Moving in An arcane Gale They're down You're out Ah, sehr schön Nicht sehr schön, aber, ja, was will man machen Das war gerade so, als hätte der Gegner sich überlegt, was er jetzt machen muss Ach ja, sterben Ixion Vault Ähm Crids Machen jetzt doppelt entscheidende Crid-Radio ist gestiegen Das kommt mir sehr bekannt vor Das lassen wir auf der anderen Seite auch erst Gibt es jetzt haben wir alles, ne? Ja, von diesen Jetzt warte ich direkt erst mal, dass er sich umdreht, bevor ich hier irgendwas versuche Äh, ja, wirklich, sobald ich die Taste drücke, dreht er sich Das kann kein Zufall sein Das ist ja, wirklich, sobald ich mir das mehr cp wenn er schaden nimmt und der buff ist zum abgeworfen okay bestimmt auch wieder ein anderer ne neuer der einfach nur eine andere farbe innen drin hat oder sowas Das kann kein Zufall sein. Das glaube ich nicht. Die sind so gemacht. Die sollen sich umdrehen, sobald man sie angreift. Okay, die sind aber neu. Die muss ich diesmal scannen. Die muss ich umdrehen. Du hast noch nichts gesehen! Ich habe es geschafft! Meine, dieser ist ziemlich rar. Was ist denn das schon wieder? Jetzt mal ist hier eine Truhe. Naja, habe ich mir gedacht. Ja, okay. Mach mal. Verdammt. Ich wollte, dass sie sich verbinden und es dann aber schaffen, den von hinten anzugreifen. Es gibt mehr! Ich... Meine turn. Ich denke, du kannst das? Sipteneri, die! Ja! Ah, so soothing das ist. Let's begin. Gehen! Gehen! Oh! Ein Arcane! Gehen! Genau! Das ist mein Gehen! Das ist mein Gehen! Du hast das, richtig? Lass mich auf ihn! Sind Sie bereit? Tschüss! 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 Ich sah das. Ich sah das. Ich sah das. Natürlich würde ich verbessern. Ein wahrer Krieger immer. Ich habe es gemacht! Hey! Moment. Hier ist noch eine Truhe. Dahinter. Das sehe ich doch. Ein Black Samurian Ohr. Wisst ihr Bescheid? Wir können auch eine Waffe machen. Waffe für Laura incoming? Ein Torturer? Ja, okay. So sieht das auch aus. Blumen und Flourish! Blumen und Flourish! Dancing Pedals! Jaaaaah! Ich hab dich! Wie sollen wir spielen? Ja! Ich nehme es von hier. Oh, Gleaming Gale. Gather round my blade. Oh! Braceport! Pugen Fury! Es ist meine turn. Wir machen das. Das ist es. Tiger Charge! Sie sind offen. Ich habe dich. Ich habe dich. Es ist ich! Deathblow. Okay. Ich habe alles kommen. Ich habe alles kommen. Ich habe alles kommen. Ich habe... Du hast noch nichts gesehen. Mehr... Den kennen wir schon. Okay. Komm, mach mal einfach. Halt! Halt! Für was? So ordentlich. Ach, können wir auch einfach weiter. Mach mal das! Katze! Chronoburst! 36%ige Chance, Magieattacken zu absorbieren. Und Offensive Art. Wir kriegen jetzt... Mit einer 50%igen Chance. Ich habe es getan. Mehr nach dem Tag. Wild Stampede 2 kann nun benutzt. Ja, es wurde geupgradet. Wow! Wir haben uns einen rareren. Wie sieht es hier aus? Es wird. Es wird, es wird. Mein Turn. Es ist ich! Und Partywechsel. Vielleicht sogar mehr als nur ein Partywechsel. Oh, wie gemein. Ah, ja, okay. Jetzt müssen wir mit der anderen Gruppe zur Hilfe eilen. Das ergibt Sinn. Es ist ein guter Erinnerung, nur wie viele Helden uns innen kommen. Wir werden sicher, dass ihre Beiträge nicht in Bane sind. Lass uns weitergehen. Genau! Ja! Was wundere ich mich denn überhaupt noch? Ja! Wir haben die Vorteile. Divine Death. Nein! Da muss das reichen. Das ist so insane. Da fällt mir ja ein, ich habe nichts in den Extraslots, was mache ich denn hier? Oh Gott. Noble Ark kann da rein. Oh, ein Warhammer. Wobei, eigentlich brauche ich Noble Ark da gar nicht. Hier, weil lieber das da, oder? Noch das. Delay minus 70% für 4 Turns, das ist ja nichts. Hier war das, oder? White Decoration ist halt auch insane. Das sind 4 BP, aber brauchen wir gar nicht hier. Alles gut. Ja! Ja! Ha ha ha! Oh, Zephyr Tempest. Wir öffnen jetzt aber damit an. Dann gehen wir gebufft in diesen Kampf. Den muss ich noch scannen? Na, das ist ja kein Ding. Machen wir. Vier kann auch nach vorne. So, geh scannend. Dann kam Laura und dann war er auch weg. Verzieh mich jedenfalls. Ich könnte hier eigentlich ihn mal auswechseln, wa? Nehmen wir doch Saramad, weil... Oder ne, Emma. Emma finde ich gut. Ja. Weil Emma hat ein... Ne nice order. Magisch defensiv. Aber könnte auch Level gebrauchen, von daher. Ich schwöre, das ist so eingebaut, dass sobald ich drücke, drehen die sich um. Ha ha! Finischt das schnell. Prinz und Slash! Jetzt! Ein Öffnung! Showtime! Let's go! Infernal Hunt! Got you. Wiping out. It's down. I'll assist. Let's go. As your cleaver! Ah! I swear upon my sword. Ha ha! I did! I only get cuter. Da müssen wir irgendwie nochmal rüberkommen. Aber ich vermute, dass wir da ganz easy hinkommen, indem wir durch diesen Raum jetzt einfach gehen. Was ist das? Man, ein Starker, okay. Ein Weißclown. Moment, das kommt mir bekannt vor. Was ist das? Heller Cleaver! Off balance! Green strike! Leave it to me! It's down! I'll assist! Engaging! Search me! Oh, mal he scannt! Der hält gerne schon was aus. Ich meine, das hier ist sogar mein gutes Team, ne? Morgen. Der Ruhl-Kanon. Training ist großartig, aber Testung unsere Strecke in realen Kombat hat einen unendeniablyen Trill zu haben. Virgo. Tira. Offensive Arts critten jetzt für mehr Damage. Nein, häufiger. Ähm. Ja, und mehr HP durch Offensive Arts wiederherstellen. Ich muss weiter trainieren. Stats update. Ich habe es geschafft. Haha, ich habe es geschafft. Haha, nice. Ich werde nur süß, sogar perfektioniert werden. Oh, ich bin so glücklich, dass wir das bekommen. Hm, was? Ach. Was machte er? Obwohl er jetzt wahrscheinlich alle mit dem Deathblower unhitted. Nein, okay. Battlewinds 3 verfüllt. Kein Zufall. Okay, den kennen wir schon. Na gut. Oh. I'm next. Wiping out. I shall go. Rionic, act... Now. It's mine. Unforgivable. That. I'm up. I'm next. Wiping out. I shall go. I've got you. RTM hier. Thanks. Let's go. Let's go. Wait. It's down. After me. Yes. Got you. It's my turn. What a pain. Let's go. Irgendwas neues? Nein. Fear says fire. Blazing swarm. It's my turn. Kane. Dale. Let's go up here. Crescent Miracle dazu. Ah, mehr Schaden, wenn Gegner in Break... äh, der Break-State sind. Und die Break-Damage selbst ist stärker, wenn die HP niedriger sind. Ich sehe da schon das Ausrufezeichen. Okay. Ein Gegner noch mit einer Truhe. Ops, mich läuft zurück. Wow, okay. Das ist random. Also zwei Gegnertypen. Werfen wir erst mal die kleine mit dem Battlescope ab. Hier die Fledermaus. Können wir die nämlich schon mal... weg machen. Jetzt dachte ich mir, dass die One-Hit sind. Das ist mein turn. Hmm, komm. Supreme Radiance Spin, yeah! Ooh! Keinen Gegner verpasst, den wir im Kampf gesehen haben. Sehr schön. Truhen haben wir auch alle. Sehr schön. Das ist ein Geist da! Bereit? Ja! Achso, wir machen es einfach kaputt, anstatt nach einem Schalter zu gucken. Gut. Es ist ein Geist. Da sind alle gut da draußen? Dankeschön, ja! Dankeschön! Du hast mich gegründet, Nadia. Du hast mich gegründet, Nadia. Du bist mein hero, Es. Und du, auch, LP. Du hast mich gegründet. Du hast mich gegründet, dass wir sie in Zeit gefunden haben. Und die AI wollte, dass man das in zwei Gruppen macht, ja? Oder warum hat sie das hier so gebaut? Will die vielleicht sogar besiegt werden? Ist das eine Prüfung? Warum auch immer. Nein! Du hast mich gegründet! You shall not be. Und unser Schalter getan. Kannst da änne ideia? progressingpäbale σchild? Putz mich mit rein. Dass ich nicht passier. Und der ist ein Schalter. Pühler ist alles reaches Notbar! Mein να. Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist jemand motiviert jetzt. Okay, okay. Schaffen wir diese Map noch in diesem Part? Hm, ich glaube, die verschieben wir auf den nächsten Part. Ja, speichern wir hier mal. Gut, ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Das kostet euch nichts und bringt mir viel. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. 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 Amen.